Die Tatsache, dass das Profil nicht zu einigen wesentlichen Fakten des Falls passt, ist für sich schon eine wichtige Information. Ich muss das nur in meine Analyse einarbeiten und ein neues Profil erstellen. So, ich muss jetzt zurück zu Scotten, ja? Jemand mit ihrem Profil. Meine Güte. Soll sie sich Reifen kaufen, hat sie genug Profil. Das Profil passt nicht zu den Fakten. Und was denn, Miss Layton? Warum schauen sie mich so an, als ob sie schon wieder Hunger hätten? Oh, nichts. Kommt, wir müssen noch einmal mit der Bürgermeisterin reden. Ja, Tenno-Cast. Den Rest hast du schon mal gesehen, ich weiß. War ich jetzt schneller? Ja. Ist aber auch völlig egal. Ist ja auch völlig egal. Nicht einmal die grandiose Profilerin... ...Jaden Norman... Norman Jaden? Norman Jaden? Ja, nicht einmal der grandiose Profiler Norman Jaden vom FBI kann ein genaues Profil des Täters erstellen, was an sich schon von Bedeutung sein könnte. Sie wollen mich im Spiegel sehen. So, fertig. Ich finde ja eigentlich, also wenn man dich so von hinten sieht, ist das ja völlig... Man erkennt ja nichts. Ja, ich lasse das jetzt so. Okay. Ich weiß nicht, kann man jetzt, wie meinst du, man kann Emilia jetzt nochmal ansprechen für ein Rätsel oder sowas? Bestimmt nicht, oder? Ja, vielleicht, das eine war ja Story relevant, also vielleicht noch, ja, aber nicht. Oh, was soll ich sie nicht hören? Ach so, was? Meine Analyse hacken einfach kein konsistenten... Ah! Meine, meine, meine... Meine Analyse hacken einfach kein konsistentes Profil. Das Alain sollte mir schon etwas sagen. Na dann. Da müssen wir mal rein. Ja, zu der Bürgermeisterin. Da können wir auch mal ihr Büro durchsuchen. Genau. Weil man das ja so macht bei Ermittlungen. Entschuldigen Sie, Bürgermeisterin Lavalina. Oh, da sind Sie ja wieder. Wir laufen Ihre Ermittlungen. Sehr gut, danke. Ich glaube, wir haben es bald geschafft. Darf ich Ihnen vielleicht ein oder zwei Fragen stellen? Natürlich. Alles, wenn es der Lösung des Falls dient. Na zu. Danke, dann komme ich gleich zur Sache. Offenbar haben Sie einen Dreier. Und jetzt kommen wir zur Sache und haben einen Dreier. Offenbar setzen Sie sich wirklich extrem ein für das diesjährige Uferfest. Nun ja, es ist schließlich eine Londoner Tradition. Vorschritt und der Blick nach vorn sind wichtig, aber man darf dabei seine Tradition nicht vergessen. Vor allem, wenn es dabei dann um Feiern geht. Und um Party. Party! Wie man hört, haben Sie den Großteil der Planung selbst übernommen, weil Sie dem Fest hier auf neues Leben einhoffen möchten. Hösschenjagd! Hösschenjagd! Müsste bei Lovoni da ja nun nicht das Problem sein, wenn sie so eine Partylöwen ist. Ja, leider bin ich nicht so unerlich gut im Delegieren. Im Degenerieren heißt das. Wie heißt das? De-Generieren. Nein, Delegieren. Delegieren? Ja, kennst du nicht die Pokémon-Attacke Delegator? Delegieren. Ich versuche nach Möglichkeit immer alles selbst zu machen. Wenn ich das richtig verstanden habe, hatten Sie auch längere Besprechungen mit einigen Teilnehmern des Ufers Bekenntnisses. Stimmt, das ist der Höhepunkt des ganzen Festes, daher verdient es auf besondere Aufmerksamkeit. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass das Fest dieses Jahr erfolgreich ist. Deshalb musste ich auch alles bis ins kleinste Detail planen, wie zum Beispiel einen Mann in die Temse zu stoßen. Nachdem er mich in die Temse gesto... Ähm... Temse ist hier ein Synonym für irgendwas anderes. Ist ja auch egal. Verstehe. Dann wissen wir ja jetzt, wie sehr Ihnen das Fest am Herzen liegt. Danke sehr. Echt jetzt? Sehr am Herzen liegen? Mehr hast du nicht drauf, Cap? Keine Angst, Shell. Mehr braucht es nicht. Oh, das ist aber komisch. Was denn, Miss Layton? Irgendwas ist anders an diesem Büro. Ich weiß nicht, vielleicht ist es der Teddy auf dem Tisch, aber ich weiß es nicht. Etwas hat sich seit unserem letzten Besuch hier verändert. Wirklich? Etwa dieser Teddy auf dem Tisch? Nein, das kann doch nie und nimmer möglich sein. Jetzt, wo du es sagst? Du könntest recht haben, ich rieche einen Teddy. Schaut euch beide gut um, wir müssen herausfinden, was sich verändert hat. Oh, ein Teddy! Hey, ein Teddy! Ah, hier, Lovoni da, hat einen neuen Haarschnitt. Ich habe jetzt den Teddy schon angekippt. Okay, hat er ein Rätsel? Ja. Ja, er hat ein Rätsel! Oh, dieser Teddy war aber vorher noch nicht da, oder? Ist der nicht süß? Oh, wie süß! Nein, der ist nicht so süß wie einer dieser Drachen von Re-Legend. Aber irgendwie passt der nicht so recht zu dem Bild, das ich von der Bürgermeisterin habe. Hier, auf diesem Foto hat sie keinen Teddy. Einen knudeligen Teddy erwartet man nicht wirklich im Büro einer Patentin, Patentin, Londoner Bürgermeisterin, oder? Einer patentierten Londoner Bürgermeisterin. Es ist so, so verfladdert auch, zerfladdert auch sein Mann. Hilft mir mein alter Freund hier beim Entspannen, wenn die Dinge hektisch werden. Irgendwie sieht der hier Tier am Platz aus. Sie wirken doch so selbstbewusst und sehr sicher. Tu ich das? Nun, als kleines Mädchen hatte ich jede Menge Stofftiere. Ich auch. So eines eben auch. Und jetzt dürfen wir herausfinden, welche sie noch so hatte. Oder welche sie nicht hatte und zum Geburtstag möchte. Der Regenbogenhase! Ich dachte, die Regenbogenphase! Oh, bei sowas bin ich gut! Oh Gott! Dieser kuschelige kleine Hase konnte etwas Farbe vertragen, aber es gibt ganz spezielle Anweisungen. Es gibt drei Farben, rosa, gelb und blau. Rosa sollte an sieben Stellen verbinden. Ich werde mit gelb anfielen. Keine Farbe darf neben sich selbst verwendet werden. Der Körper und die beiden Schuhe sollten gleichfarbig sein. Warte mal, noch mal. Welche Farben sind es alles? Rosa, gelb und blau oder wie? Ja. Hörer anstelle des Hasens, um ihn einzufärben. Okay, können wir jetzt los? Ja. Gut. Warte mal, welche Farben waren es? Rosa? Sieben, okay. Ich finde so, dass man ihn nicht mehr weiß machen kann. Achso? Oh. Das ist ja dann schade. Warte mal, darf nichts neben sich selbst sein oder wie? Neben sich selbst, also ist das jetzt auch mit, oh Gott, das ist ja. Wie viel mal Geld? Geld an vier. Was, ich hab's doch. Na, wie jetzt? Warte, ich hab's doch. Ja, ich auch. Hä? Rosa sollte an sieben stellen, gelb an vier. Ja, hab ich. Und keine neben sich selbst. Ist doch nicht. Also bei mir ist doch auch so. Hä? Oder wird an dieselbe Stelle jetzt mit der Schleife auch. Hä? Der Körper hat eine Farbe. Die Schuhe auch. Hm. Berühre eine Stelle. Der Körper und die beiden Schuhe sollen gleichfarbig sein. Oder sollen die alle die gleiche Farbe haben? Das geht doch gar nicht. Die Schuhe? Zwei Schuhe. Ja. Das geht doch alles gar nicht so anders. Ich mein, das ist das einzige, was mir jetzt auch einfallen würde zu dem... Hinweis? Warte, ich bin mal verwirrt. Oder soll das aus den Schuhen auch Körper sein, aber dann ist der Ding... Dann ist es ja nicht mehr gegeben, dass die nicht benehmen, den Hinweis. Warte mal, jetzt muss ich nochmal überlegen und zwar... Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ne, zehn, zwölf... Und ne, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ne, zehn, elf, zwölf, dreizehn, dreizehn Stück. So, und vier sind so, dann sind das schon mal nur noch neun und sieben... Ja, das sind ja nur noch zwei, die in blau sind. Aber das... Ne, das kann ja auch nicht sein. Ist doch falsch. Ach so, stimmt. Die müssen ja gelb. Warte. Aber das kann man ja auch nicht... Ah! Warte. Ach so. Aber das geht doch gar nicht dann mehr. Oder? Doch. Ach so, ah. Ich glaube, jetzt habe ich es. Das ist ein besonders interessantes... Oh! Der Körper und die Socken sollten halt die gleiche Farbe. Ach so. Und ich dachte auch, die sollten zueinander, aber nicht... Ja, also in dem Falle, das... Wir haben es beide, aber ich war kurz schneller. Ganz kurz. Aber ich habe auch... Ich habe gedacht... Hä? Ich habe einfach nur gedacht, dass die Schuhe nicht unterschiedlich farbig sein dürfen. Ja. Ja, das dachte ich auch so. So, nicht ein Schuh gelb und der andere blau sozusagen. Du bist ein echter Künstler. Was für ein farbenfroher Hase. Genauso hatte sie sich das offenbar vorgestellt. Aber ja, es stimmt tatsächlich, dass das so geht. Ja, aber du hast gewonnen. Ja, aber du hast gewonnen. Aber ganz knapp. Ja. Wie steht es jetzt eigentlich mit der Waldscham? Ich habe keine Ahnung. Das werden wir dann sehen, wenn die Parts hochgeladen sind. Ich glaube, 14 zu 9. Könnte hinhauen. Ich wusste es doch, dass sie das nicht aus dem Konzept bringen würde. Mein Vater hat mir diesen Bären gekauft und das sogar auf dem Uferfest. An einem der Stände dort. Meinst du wirklich? Warte mal, du müsstest da nicht eigentlich ja 13 zu 9 stehen? 14 zu 10. 14 zu 10. Okay, ja, oder so rum. Also ich glaube nicht, dass ich erst einen Punkt auf dich aufgeholt hätte. Ja, ja. Ja, gut, gut. Okay. Aber ich bin froh, dass ich aufgeholt habe. Immerhin, irgendwie. Ah, also hat er eine ganz besondere Bedeutung für sie. Ja, ganz recht. Besonders deshalb, weil mein Vater von uns gegangen ist. Er wollte Zig... Wolltest du das sagen? Nein. Oh. Er war ein sehr beschäftigter Mann und hat extrem hart gearbeitet. Aber trotzdem nahm er sich immer die Zeit, mit mir zum Uferfest zu gehen. Doch dann ging er Zigaretten holen und kam nie wieder. Weil ich schwanger war. Von ihm? Wir können die Geschichte noch weiter spinnen. Ich habe das Fest und die Zeit mit meinem Vater dort sehr geliebt. Und einfach geliebt. Ach, so viele Erinnerungen. Zum Beispiel diese eine. Äh, Moment. Nein, diese andere. Äh, äh. Ich gebe es auf. Ja, es gibt nichts kostbareres als die Erinnerungen an einen gekiebten Menschen, oder? Nicht wahr, Ernest. Genau so ist es. Und vielen Damen und Herren geht es mit diesem Fest ähnlich. Oh, genau. Wollen wir Wetten abschließen? Wer von uns beiden... Wetten finde ich cool. Am Ende des Let's Plays wäre mehr Winz hat. Ja, und die, ähm... Leute aus dem Chat können mitmachen. Nee, nee, nee. Aber ich würde jetzt... Eintritt für einen Vorwurf, nein, Quatsch. Nein, ich würde sagen, wir beide nur. Ja, nur wir beide. Aber was, was machen wir dann? Also, ich würde sagen... So, 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 so ein Handpuppenspiel aufführen. Nein. Aber das wäre zumindest... Damit wäre der Fall abgedeckt, falls du. Ja, okay, ja. Also... Also, wir werden uns dann halt was aussuchen und... Team Winz, ja! Team Winz, genau. Team Winz gegen Team Exi. Ja. Nee, aber, ähm... Ja, würde ich gut finden. Und dann halt am Ende des Let's Plays gucken wir mal, wer... Ja. Mehr Rätsel gewonnen hat. Ich habe einen guten Start. Das wäre doch echt mal eine coole Idee, so ab dem nächsten Part... Oder in irgendeinem Part mal nachfragen, so, so... Oder in... Dass die Leute in die Kommentare schreiben, für welches Team sie sind. Ja, Mann. Und dann... Gucken wir auch mal... Führen wir Buch darüber, wer in Team Winz und wer in Team Exi ist. Okay. Oh Mann, was man nicht alles machen kann. Wenn man zu zweit spielt.